Unser Hagebauzentrum Hotze in Lese ist einer von acht Standorten in drei Bundesländern. Bereits in fünfter Generation geführt, bietet unser Familienunternehmen mit seiner 120-jährigen Erfahrung tatkräftigen Service und hochwertige Waren rund um Haus und Garten. Unsere langjährigen Mitarbeiter begrüßen Sie im Hagebaumarkt mit dem klassischen Allround-Angebot von Metall- und Elektrowaren über Farben und Dekoration bis hin zu verschiedensten Handwerksmaschinen und Werkzeugen. Das Gartencenter grenzt direkt an den Hagebaumarkt an und hält alles bereit, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt. Der Drive-In in unserem Mr. Gardener Markt ermöglicht Ihnen einen einfachen Einkauf. Sie fahren mit Ihrem PKW durch unseren Außenbereich, mit unserem großen Angebot an Gartenzubehör, Bauhölzern, Zäunen, Gartenhäusern und Carports. Ohne weite Laufwege können Sie Ihren Einkauf direkt verladen. Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gerne und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Auch für größere Projekte sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Sie. Besuchen Sie unseren Baustoffhandel und erhalten Sie dort eine fachmännische Beratung über Materialien für den Haus- und Innenausbau sowie den Garten- und Landschaftsbau. Für einen perfekten Rundum-Service liefern wir Ihnen Ihre bestellten Einkäufe auch gerne direkt an Ihre Baustelle oder zu Ihnen nach Hause. Hagebauzentrum Hotze in Lese – Ihr Fachmarkt für Haus und Garten Hagebauzentrum Hotze in Lese – Ihr Fachmarkt für Haus und Garten Hagebauzentrum Hotze in Lese – Ihr Fachmarkt für Haus und Garten